Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kids & Family Podcast hier auf brettspielnews.de. Ich bin der Björn und heute schauen wir mal voraus auf die Spiel 23 und ich werde euch mal 5 Titel nennen, die ich euch persönlich empfehlen möchte. Viel Spaß dabei! Kids & Family Podcast Dann lasst uns einfach mal loslegen. Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was habe ich denn in letzter Zeit für Spiele getestet? Was habe ich noch so in der Pipeline, also was kommt vielleicht auch noch bald bei brettspielnews.de an neuen Rezis raus? Und habe ich einfach mal für den Kinderbereich drei Spiele rausgepickt und für den Family-Bereich zwei weitere. Und da werdet ihr zum Teil die Rezis schon finden auf brettspielnews.de. Zum Teil kommen sie noch. Kommt auch ein bisschen drauf an, wann ihr den Podcast jetzt hört. Es ist ja nicht mehr allzu weit bis zum Spiel, aber sicherlich kann man diese Spiele natürlich auch nach der Messe noch erwerben. Wir fangen einfach mal an und zwar geht's los mit Ross the Boss. Das ist ein Spiel von Piatnik, Autor Michael Kona. Ist schon im Mai 23 erschienen, Spiel ab fünf Jahren, zwei bis vier Spieler. Spieldauer etwa 15 Minuten. Und worum geht's da? Es geht darum, dass wir uns mit dieser Spieleschachtel quasi einen Garten, einen eingezäunten Garten aufbauen, der mit so Plastikteilen festgehalten wird. Und diese Spielschachtel, die dann doch ein recht merkwürdiges Format hat, wird dann zu seinem schönen Vorgarten. Und dort setzen wir so einen gut faustgroßen, motorisierten Mops ein, der auf Knopfdruck dann für, ich glaube, zwölf Sekunden sind es, durch die Gegend fährt und immer wieder an diesen Zaun knallt. Warum ist das wichtig? Wir spielen Katzen, die gerne auf diesem Zaun eine Runde drehen würden, haben so kleine Klemmen, die wir da an die Seite stecken. Und das ist total witzig gemacht. Die Klemmen haben unten so ein Auslösmechanismus. Das bedeutet, wenn Ross the Boss dagegen stößt, dann springt diese Katze in hohem Bogen vom Zaun. Und da schallenden Gelächter aller Personen, die da so am Tisch sitzen. Genau, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es so kleine Mülleimer, sind das, glaube ich, die man an den Zaun hängt. Da können sich die Katzen dann drin verstecken und sind dann eine Weile sicher. Aber das ist so grob der Ablauf des Spiels. Ich persönlich habe dem Spiel 79 Punkte gegeben auf Brettspielnews.de. Es ist ein Roll-and-Move-Spiel. Das heißt, wir haben Würfel, die uns sagen, wie viele Schritte dürfen denn unsere Katzen nach vorne laufen. Und es ist ein Wettrennen. Ich möchte natürlich die Runde beenden. Ich möchte die Runde als Erster beenden. Und was gefällt mir besonders gut an dem Spiel? Es hat einfach eine unglaublich tolle Tischpräsenz. Es ist unglaublich motivierend, dass diese Spielschachtel zu diesem Garten wird. Die Illustrationen sind total lustig gemacht. Und natürlich dieser mechanische Mops, der da durch den Garten fegt, ist natürlich eine Sache, die für einen unglaublichen Spaßfaktor und Highlightfaktor bei allen Beteiligten sorgt. Die Regeln sind sehr, sehr einfach. Also man kann das wunderbar wirklich. Also auf der Schachtel steht ja ab fünf Jahre. Meine Tochter ist vier. Die spielt das begeistert mit und spielt das auch vollständig alleine. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und allen anderen am Tisch macht das auch einen Riesenspaß. Es geht wirklich nicht lange. Es macht einfach riesigen Spaß, dieses Chaos-Moment, das durch Ross the Boss da mit einfließt. Und diese Zufallsbewegungen, die funktionieren auch wirklich gut. Also es ist wirklich gar nicht abschätzbar, wann er sich in welche Richtung bewegt. Und man ertapft sich dann dabei, dass das plötzlich sagt, geh da hin, geh da hin. Sei ein braver Hund, geh in diese Ecke. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig lustig. Es ist auch sehr, sehr gut und stabil, das Spielmaterial. Natürlich, dadurch, dass man diese Katzen an die Seite klemmt, hat man natürlich am Rand dann nach einer gewissen Zeit Abnutzungserscheinungen. Aber A ist das nur optischer Natur und B ist das nicht wirklich viel. Das Auslösen von Ross, also wenn man das Ross-Symbol gewürfelt hat und dann auf diesen kleinen Knopf da drücken muss. Das könnte manchmal ein bisschen leichtgängiger sein. Aber das ist das dann schon gemeckert auf hohem Niveau, finde ich. Es funktioniert wunderbar. Es ist alles in Ordnung. Und was mich persönlich sehr überrascht hat, ist, dass dieser Fun, diesen Hund da laufen zu lassen, das eigentliche Spiel, also das Wettrennen um die Runde, gar nicht so sehr überlagert, wie ich mir das eigentlich dachte. Ich dachte, okay, jetzt geht es einfach nur darum, jeder will am laufenden Band auf diesen Mops drücken, dass der da durch den Garten fegt. Aber nein, das ist gar nicht so. Die Kinder spielen wirklich dieses Wettrennen. Und dieser Mops Ross ist tatsächlich ein Mittel, um das ganze Spannen chaotisch zu halten. Und eben dieses Zufallselement, das ich sowohl durch die Würfel als auch durch diese Zufallsbewegungen gar nicht planen kann, wo Ross jetzt wirklich hinfährt. Natürlich, ich habe es eine kleine Ahnung. Also wenn der, weiß ich nicht, links oben in der Ecke steht, dass ich natürlich dann rechts unten da mich gut bewegen kann. Aber selbst dann kann ich ja nicht entscheiden, wie viele Schritte ich gehe. Nee, ich würfel ja. Aber alles in allem, muss ich wirklich sagen, ein sehr, sehr lustiges, kurzweiliges Spiel, wo wirklich alle Altersklassen mitspielen können. Und als Partyspiel, selbst bei Erwachsenen könnte ich mir das gut vorstellen, aber wirklich für Kinder ein ganz, ganz tolles Spiel. Und um das Ganze mal noch von dieser Spaß und totalen Fun eben ein bisschen runterzuholen, möchte ich einfach noch betonen, Also man hat schon für die Kids einen tollen Lerneffekt dabei. Also ich habe die zwei Würfel, ich habe die Würfel, die ich zusammenzähle, ich habe die Schritte, ich habe die Feinmotorik. Also es ist schon wirklich ein Spiel, das den Kinder auch so ein bisschen was näher bringt. Durch dieses Chaos-Element und die fliegenden Katzen wird auch, weil es einfach so lustig aussieht, diese Frustration gemildert. Die Kinder erlernen das auch, zu sagen, oh, jetzt hast du mich schon wieder erwischt. Wenn man erwischt wird, muss man auf dieser Runde nach hinten bis zum nächsten Mülleimer, ist der besetzt, muss ich noch weiter zurück. Also kann natürlich auch mal passieren, dass man wieder an den Start zurück muss. Aber das ist so urkomisch, dass diese Frustration da gar nicht richtig rauskommt. Und trotzdem müssen es die Kinder aushalten. Also es ist nicht nur ein reines Quatschspiel und Highlight-Spiel, dass man fünfmal auf Ross draufdrückt und dann wird das Spiel uninteressant. Sonst hätte ich das nicht so hoch bewertet aus meiner Sicht und hätte auch gar nicht das hier in die Liste aufgenommen. Wenn ihr also ein wirklich witziges Kinderspiel sucht, das aber wirklich nicht nur durch irgendein mechanisches Highlight punktet, sondern weil es einfach insgesamt ein tolles Spiel ist, dann schaut euch Ross the Boss bei Piatnik einfach mal an auf der Messe und macht euch ein eigenes Bild, ob das vielleicht was für euch ist. Das nächste Spiel, das ich euch hier vorstellen und empfehlen möchte, ist Guminis von HCM Kinzel. Also das ist der Verlag und Vertrieb. Autor ist Marco Teubner. Und da haben wir ein Spiel ab sechs Jahren, zwei bis vier Spieler, etwa 20 Minuten. Und Thema ist da Familienspiel. Ich würde es aber tatsächlich als Kinderspiel bezeichnen. Ich persönlich habe das Spiel mit einer 85 bewertet. Die Rezension, die werdet ihr bald auf brightscreennews.de finden. Je nachdem, wie gesagt, wann ihr das hört, ist es vielleicht auch schon dort. Worum geht es in Guminis? Wir schnappen uns freche Zuckermonster, haben eine Zuckerdose vor uns und haben so eine Art, ja, also Deckbuilding kann man da fast nicht sagen, ein Zuckerdosen-Building quasi. Also ich sammle mir Ressourcen, ich sammle mir diese Zuckermonster, die alle mir wiederum Ressourcen geben, die ich dann aus meiner Zuckerdose rauskitzle und dann wieder einsetze, um weitere Ressourcen und weitere Zuckermonster zu sammeln. Es ist ganz clever gelöst. Die Zuckermonster sind gleichzeitig Ressourcen und Siegpunkte am Ende des Spiels. Und ich habe diesen Deckbuilding-Mechanismus, weil ich mir aussuchen kann. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, von welchem Stapel ich mir eben diese Guminis dann hole, wenn ich die richtigen Ressourcen habe. Es liegen vier Stapel aus und da habe ich halt einfach ein bisschen Auswahl. Es ist nicht zu viel, es soll ja die Kids auch nicht überfordern. Aber wenn dann zwei dieser vier Stapel leer sind, dann ist das Spiel auch zu Ende. Und es hat einen ganz leichten Legacy-Aspekt, denn ich kann mir neue Plättchen freischalten. Also wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, bestimmte Plättchen, bestimmte Zuckermonster eingesammelt habe als Gruppe, also es muss nicht ein einzelnes Kind schaffen, sondern es schaffe ich dann als Gruppe gemeinsam, egal wer gewonnen hat, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Dann darf ich eins der vier weiteren Päckchen aufmachen. Da sind dann weitere Guminis drin, sowohl Startguminis als auch Guminis, die in den mittleren Stapel eingemischt werden. Und da wird es dann auch komplexer, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber da kommen so ein paar kleine Kniffe rein, kleine Zusatzregeln, kleine weitere Aktionen. Und die hat das einfach cool gemacht, weil es einfach auf dieser Altersstufe, total kindgerecht, diesen kleinen Legacy-Aspekt und dieses Ja, wir haben das jetzt geschafft und gesammelt und jetzt haben wir uns das freigeschaltet und dann können wir das einbauen. Das macht einfach Spaß und es erhöht den Wiederspielwert enorm. Meine Tochter liebt dieses Spiel. Wir hatten es auch im Urlaub dabei und ich weiß nicht, wie oft wir das schon gespielt haben. Also die ist ja total verrückt darauf, ist natürlich mit dem Thema auch total geeignet für die Kinder, ganz klar. Und das Material an sich ist wirklich gut. Das funktioniert wunderbar. Die Regeln sind total leicht. Und dieses Ressourcensammeln für Kinder und ja, jetzt brauche ich hier noch, ja, da brauche ich aber doch das und das. Und wenn ich jetzt noch zwei davon habe, dann kann ich mir das machen. Und was ich persönlich auch noch richtig toll finde, es gibt Joker-Blättchen. Also es gibt tatsächlich Gumminis, die geben mir eine Ressource meiner Wahl. Und dann wird es interessant. Wenn euch dann mal ein bisschen zurücklehnen und schaut euren Kids dabei zu, wie sie sagen, okay, pass auf, ich kann jetzt das zu einer Erdbeere machen. Aber wenn ich das vielleicht zu einer Zitrone mache, dann könnte ich hier. Und das ist einfach brillant. Das ist einfach richtig toll zuzusehen, wie die Kinder dann auf ihrem Level anfangen, sich da ihr, ja, ihre Gumminis zusammen zu sammeln, ihre Ressourcen zu sammeln. Auch mal zu sagen, nein, ich möchte das Blättchen jetzt nicht. Ich spare jetzt, weil ich versuche jetzt dieses Blättchen zu holen. Das ist besser. Das bringt mir mehr. Ja, das ist toll. Also es ist wirklich toll. Wenn ich noch was sagen soll an diesem Spiel, was, ja, was vielleicht nicht ganz so optimal gelöst ist, das sind diese Zuckerdosen an sich. Die verrutschen ziemlich leicht, wenn man es auf einer glatten Oberfläche spielt. Also wenn man es jetzt auf einer Playmatch spielt und hat wirklich so eine Unterlage, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Auf dem reinen Holztisch ist uns das manchmal ein bisschen weggerutscht. Dann rutschen dann ein paar Gumminis oder so leicht gucken die dann vor. Ist jetzt auch nicht mega wild, aber es kann man ab und zu mal ein bisschen nerven. Aber es ist nichts, was wirklich spielmechanisch irgendwie Einfluss hat. Insgesamt ist es einfach ein richtig, richtig tolles Spiel mit einer tollen Mechanik, mit einer tollen Thematik, mit diesem Freischaltmechanismus. Und ja, macht einfach richtig Spaß. Schaut es euch mal an. Geht mal vorbei bei HCM Kinzel auf der Messe und guckt euch das mal an. Wenn ihr ein schönes Kinderspiel sucht, kann ich nur empfehlen Gumminis. Das dritte Kinderspiel, das ich euch wirklich ans Herz legen möchte, ist Rutsch und Flutsch. Von Joel und Raphael Escalante. 2021 bei Gigamic schon erschienen. 2023 jetzt bei Game Factory auf Deutsch. Rutsch ist von mir mit einer 90 bewertet worden. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich glaube, das ist auch mein erstes und glaube auch bisher einziges Spiel, dem ich diese Wertung habe, zuteil werden lassen. Die Rezension findet ihr auch schon auf brettspielnews.de. Worum geht es in Rutsch und Flutsch? Rutsch und Flutsch ist ein Spiel, in dem wir eine Schildkröte, einen Wasserfall runterschnipsen. Und je nachdem, wo diese Schildkröte landet, dürfen wir in einem 3x4-Raster an Memory-Plättchen eine bestimmte Anzahl Plättchen aufdecken. Diese Plättchen, die ich dort aufdecke, zeigen alle lustige Tiere. Und diese Tiere muss ich in einer bestimmten Reihenfolge, abhängig von meinem Spielertableau, eben aufdecken und finden. Schaffe ich das, komme ich in eine meiner drei Reihen immer einen Schritt weiter und wenn ich alle drei Zeilen auf meinem Spielertableau, die alle Tiere einfach in der richtigen Reihenfolge gefunden habe, dann habe ich das Spiel gewonnen. Es verbindet eben diesen Memory-Aspekt mit einem Geschicklichkeitsaspekt und es macht einfach so unfassbar viel richtig. Das beginnt wirklich schon mit der Anleitung und mit dem Material. In der Anleitung haben wir auf der allerletzten Seite, das ist fast meine Lieblingsseite in der Anleitung, haben wir für jedes Tier, das hier vorkommt, wir haben die Schildkröte, Schneeleopard, Kleidhörnchen, Elefanten, Komodowaran und so weiter, haben wir irgendeinen lustigen Fakt, bei dem die Kinder einfach noch was lernen über dieses Tier. Also da hat sich jemand wirklich so viele Gedanken gemacht, nicht nur beim Erstellen des Spiels, beim spielmechanischen Teil, beim Anpassen an die Zielgruppe und so weiter, sondern auch die Anleitung ist wirklich unfassbar gut geschrieben. Und wie gesagt, die letzte Seite mit diesen Infos über die Tiere, die ja im echten Leben halt dann einfach existieren und da was ganz Besonderes können oder eine bestimmte Eigenschaft haben oder in einem bestimmten Lebensraum leben, das ist einfach super, das den Kindern da noch mitzugeben. Es hat einen total schnellen und einfachen Einstieg. Die Illustration, ja, habe ich ja schon gesagt, das ganze Spielmaterial ist einfach so super knuffig, also man will jedes dieser Tiere irgendwie sofort knuddeln, wenn man das sieht. Und die Mechaniken sind so, dass sie wirklich ein unfassbar belohnendes Spielgefühl für die Kinder bereitstellen, ohne dass jetzt wirklich irgendwie alles geschenkt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Zug für jedes Kind immer mega erfolgreich ist, aber man hat immer das Gefühl, okay, das hat sich jetzt gelohnt. Denn selbst wenn ich nichts bekomme, also wenn ich zum Beispiel nicht das richtige Tier aufdecke, bekomme ich einen Rettungsreifen, was ja thematisch mit diesem in den See rutschen dann auch wirklich gelungen ist aus meiner Sicht, der mich dazu berechtigt, in meinem nächsten Zug einfach, völlig egal, wo diese Schildkröte landet, einmal mehr umdrehen lässt. Und das erhöht natürlich meine Chancen enorm, denn dieses 3x4 Raster wird niemals durchgemischt in einem Spiel. Nach und nach werden also alle Tiere offengelegt, die werden dann zwar wieder auf die verdeckte Seite gedreht, ändern aber ihre Position nicht. Das heißt, wenn ich mir clever merke, wo welches Tier ist, kann auch zum Schluss ein Spielzug mit 3, 4 Aufdeckaktionen hintereinander mich absolut das Spiel noch gewinnen lassen. Jedes Spielertableau hat eine eigene Reihenfolge an jeder einzelnen Reihe. Es sind 3 Reihen mit jeweils 4 Tieren und jede Reihe ist unterschiedlich zusammengestellt und auch jedes Tier ist mal in einer anderen Reihe, sodass auch jedes Tableau ein bisschen unterschiedlich ist. Macht spielmechanisch an sich keinen Unterschied, aber für die Kinder ist es natürlich total reizvoll, jedes Tableau mal zu spielen und mal auszuprobieren. Diese Varianz ist also total kindgerecht, die Mechaniken sind total kindgerecht, die Illustrationen sind super kindgerecht. Es ist einfach ein rundum großartiges Kinderspiel und diese Kombination aus Geschicklichkeit und Memory-Aspekt hat mich total überzeugt, hat mich total begeistert und begeistert mich noch, sodass ich euch wirklich, wirklich dieses Spiel von Herzen empfehlen kann, zumindest euch das mal anzuschauen und ihr werdet da mit Sicherheit, wenn ihr Kinder in dieser passenden Altersgruppe habt, nichts verkehrt machen mit diesem Spiel. Rutsch und Flutsch von Game Factory. So, damit kommen wir jetzt zum ersten der beiden Familienspiele, die ich hier auf meiner Liste habe und das erste Spiel kannte ich eigentlich vor zwei Wochen noch gar nicht und zwar ist das Graffiti. Dieses Spiel Graffiti habe ich auf den Queen Games Pressetagen zum ersten Mal gespielt. Es ist ein Spiel von Marco Ruskowski und Marcel Süßelbeck. Marcel Süßelbeck war auch vor Ort. Viele Grüße an der Stelle. Wir haben zwei Partien gespielt. Es erscheint laut Verlag im November, soll aber auf der Messe auch schon in einer gewissen Stückzahl erhältlich sein. Auf der Spielschachtel steht, ab 14 Jahren, da komme ich aber gleich noch dazu, es ist für zwei bis vier Spieler, dauert etwa 45 Minuten. Worum geht es in dem Spiel? In dem Spiel befinden wir uns im League Street Tunnel in London. Wer unseren Podcast zu den Queen Games Tagen gehört hat oder auch den Ersteindruck schon gelesen hat, der auf der Homepage schon ist, der weiß jetzt schon, wovon ich rede. Deswegen mache ich das jetzt relativ kurz. Und wir sind eben in diesem Tunnel unterwegs. In diesem Tunnel darf gesprayt werden. In diesem Tunnel ist es erwünscht, dass Graffitis nach entsprechender Genehmigung angebracht werden. Und das Ganze ist so ein Künstlerprojekt. Und wir beteiligen uns eben daran, versuchen im Laufe des Spiels immer mehr dieser Graffitis fertigzustellen. Und am Ende des Spiels möchten wir natürlich der Künstler sein, der die meisten Graffitis mitgestaltet hat in diesem Tunnel. Ihr werdet eine ausführliche Rezension dazu in den nächsten Tagen oder Wochen da noch finden. Aber der Ersteindruck, wie gesagt, der ist schon online auf bretspielnews.de und eine bisschen ausführlichere Besprechung des Spiels findet ihr auch in unserem Podcast zu den Queen Games Pressetagen. Da habe ich mit Marisa ein bisschen schon darüber gesprochen. Mechanisch gesehen ist Graffiti ein Ressourcensammelspiel. Wir setzen Arbeiter ein. Das sind so kleine Spraydosen, um eben bestimmte Ressourcen zu sammeln, was in dem Fall Farbdosen sind, und sammeln dann gewisse Sets an Farben, die wir brauchen, um eben bestimmte Graffitis anzufangen. Und der ganze Tunnel ist in so Gebiete eingeteilt. Und dann haben wir so Gebietswertungen am Ende, die uns dann auch nochmal Punkte geben. Was mir in dem Spiel unfassbar gut gefällt, ist als allererstes der Look, die Optik, die Illustrationen und dieses unfassbar unverbrauchte Thema. Es fühlt sich wahnsinnig frisch an. Selbst als Vielspieler fühlt es sich unglaublich gut an, so ein neues, frisches Thema zu spielen. Es ist aus meiner Sicht wirklich grandios umgesetzt. Dieser Mechanik-Mix mit Ressourcen sammeln und auch kleinen Bonusaktionen, die ich mir nehmen kann und bestimmten Dingen, wie ich bestimmte Sachen reservieren oder blockieren kann oder dann auch wieder abmildern, umgehen kann. Es ist ein wahnsinnig toller Mix. Es ist sehr, sehr spannend. Eben auf diesem Familienlevel ist es für mich absolut genau getroffen, wo es sein soll. Und das hat mich besonders beeindruckt. Es ist auch wahnsinnig gut zu zweit spielbar, auch wenn der Tunnel an sich da nicht verkleinert wird oder die Gebiete nicht verkleinert werden oder weniger werden. Sondern es kommen so neutrale Tags, also diese Graffiti-Unterschriften dazu. Und die funktionieren so gut. Es funktioniert so überragend gut, dass es nicht nur aufgesetzt ist, sondern es ist ein tatsächliches taktisches Mittel. Und das macht einfach einen Riesenspaß, dieses Spiel zu spielen. Queen Games war so freundlich, mir einen Prototypen mitzugeben. Den habe ich auch wirklich jetzt ausgiebig schon gespielt und genossen. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Spiel. Ein Nachteil und da hoffe ich, lieber Rajiv, schöne Grüße. Das, ja, ich meine das nicht böse, aber es muss einfach gesagt werden, der Preis könnte dann doch für manche Familien so eine kleine Hürde sein. Geliste ist das Spiel mit 60 Euro. Das ist natürlich für ein Familienspiel, erscheint einem das viel. Auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass Queen Games wirklich nachhaltig und nur in Europa die Rohstoffe besorgt, wirklich in Deutschland produziert. Das ist alles eine wahnsinnig tolle Sache und ich finde das total toll und unterstützenswert. Und ja, ich hoffe, dass dieses Spiel nicht an dieser Hürde scheitert, sondern dass genug Familien sich das anschauen werden, das vielleicht auch testen werden vor Ort und dann einfach von diesem Spiel überzeugt sind. Und ich denke, dass auch für diesen Preis aus meiner Sicht lohnt sich dieses Spiel, weil es einfach so viel richtig macht, weil es einfach Spaß macht, weil es Freude bereitet, weil es ein wahnsinnig schönes Thema hat. Und deswegen, wenn ihr Lust habt und so ein bisschen so dieses Künstlerische, was ja ehrlicherweise normalerweise jetzt nicht ganz so meins ist, Wenn euch das zusagt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Eingangs habe ich ja erwähnt, dass das Spiel ab 14 Jahren empfohlen ist, beziehungsweise dass das Spiel eine Beschriftung auf der Schachtel hat mit ab 14 Jahren. Welche Gründe das hat und warum es irgendwie teurer ist, das Spiel so mit 8 Jahren anzugeben oder auch nicht. Da haben wir im Podcast über die Queen Games Presse Tage schon ein bisschen drüber gesprochen. Das wird jetzt vermutlich wieder zu weit führen. Aber aus meiner Sicht kann ich euch nur sagen, dass es ab 8 Jahren wirklich gut spielbar und es ist ein wirkliches Familienspiel. Lasst euch da von dieser Plus 14 nicht abschrecken. Das hat andere Gründe und eben keine spielmechanischen. Das zweite Familienspiel, das ich euch hier empfehlen möchte, ist ein Spiel, das ich letztes Jahr auf der Messe als hölligen Überraschungspick gekauft habe. Jetzt sagt ihr, Moment, letztes Jahr auf der Messe? Ich dachte, du erzählst über dieses Jahr. Ja, denn letztes Jahr habe ich mir direkt am Stand von Bruet Games Keep the Heroes Out geholt und dieses Spiel von Louis Bruet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Miraculous, jetzt neu aufgelegt über die Spiele-Schmiede. Ist ein Spiel ab 12 Jahren, 1 bis 6 Spieler, 40 Minuten Spieldauer. Gelistet ist es hier in der Spiel-App mit 55 Euro. Ist ein sehr, sehr cooler Dungeon-Crawler, Anti-Dungeon-Crawler. Also auf jeden Fall ist es ein Deck-Builder, der in einem Dungeon spielt. Wir spielen asymmetrische Fraktionen und zwar die Monster. Genau. Wir müssen diese sogenannten Helden, die hier ständig in unseren schönen Dungeon einfallen, daran hindern, unser wohlverdientes Geld oder unsere Goldmünzen hier irgendwie uns zu entwenden. Und das machen wir, wie gesagt, kooperativ. Wir haben einen modularen Spielplan, der immer anders aufgebaut wird. Da gibt es verschiedene Szenarien. Man kann das auch mal zufällig machen, aber diese Szenarien machen da schon Sinn. Und dann haben wir eben eine Fraktion. Da gibt es Skelette, da gibt es Ratten, da gibt es so, wie so eine Art Papier, Mäuse, weiß nicht, da gibt es einen Drachen. Und das ist einfach, wir haben auch Schleimtropfen, die Schleimis, die sind eine meiner Lieblingsfraktionen tatsächlich. Und ja, wir spielen da zusammen und versuchen, unsere Schatzkammer zu verteidigen gegen diese komischen Helden, die meinen, sie müssen da uns besiegen. Es ist, funktioniert über einen Deckbuilding-Mechanismus, der sehr, sehr simpel gehalten ist. Und es hat eine unglaublich schöne Illustration. Es ist wahnsinnig witzig gemacht. Jede einzelne Karte ist wahnsinnig witzig gestaltet. Die Dungeon-Boards, diese Modularen selbst auch. Und es gibt unglaublich viel Abwechslung, weil wir eben dieses modulare Board anhand dieser, ich glaube, 25 Szenarien immer neu zusammenstellen. Es kommen so kleinere Sonderregeln immer noch dazu. Es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Ereignisse auch oder eben auch Dinge, die die Helden mitbringen. Es gibt Dungeon-Inspektoren, die uns das Leben noch schwer machen können. Es gibt noch verschiedene Erweiterungen. Die waren jetzt in meiner Kickstarter-Version, die ich mir letztes Jahr dann geholt habe, dabei. Wie genau diese Spiele-Schmiede-Version dann aussieht, die auf der Messe zu haben ist, kann ich euch so genau gar nicht sagen. Da müsstet ihr mal schauen, was da alles dabei ist. Es funktioniert auf jeden Fall in unterschiedlichsten Spieleanzahlen. Also ich habe es alleine schon gespielt. Also Solo funktioniert es auch super gut, macht auch richtig Spaß. Ich habe es zu zweit ganz, ganz viel gespielt, wirklich ganz viel gespielt mit einem Kumpel von mir und mit meinem Sohnemann, der sieben Jahre ist. Und ich habe es zu viert gespielt mit vier Erwachsenen. Da waren wirklich zwei absolute wenig Spieler dabei. Die waren, und jetzt komme ich so ein bisschen zu den Punkten, die man beachten muss, die waren natürlich von dieser Regelhürde am Anfang ein klein wenig überfordert. Wenn ich natürlich wenig bis gar nicht Brett spiele, dann ist das natürlich schon gefühlten Brecher erst mal für die Leute. Die Regelhürde ist also schon höher als jetzt bei einem normalen Familienspiel, sage ich jetzt mal. Aber, wenn ihr einen dabei habt und wenn ihr jetzt hier bei Brettspielen regelmäßig unterwegs seid, wenn ihr vielleicht auf die Messe fahrt und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja einigermaßen hoch, dass ihr euch da mit Brettspielen nicht ganz so schlecht auskennt. Von daher, wenn da einer am Tisch ist, der das beherrscht und gut erklären kann, dann ist das auch kein Problem. Also, wir haben das mit den beiden gespielt. Es war, ich glaube, an Silvester war das und es hat super viel Spaß gemacht. Also, auch den beiden, die wirklich sonst gar nicht spielen, für die war das frisch. Die kannten noch keinen Deckbilder. Die kannten dieses Kooperative auch noch gar nicht so richtig gut und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Manche Szenarien benötigen ganz bestimmte Monster, haben wir jetzt schon gemerkt. Sonst wird das extrem schwer bis frustrierend zum Teil tatsächlich. Also, es ist schon richtig knackig. Es gibt zwar noch unterschiedliche Wege, das noch schwieriger zu machen, aber wir haben auch schon einzelne Szenarien bis heute nicht geschafft, weil wir die richtige Kombination an Monster noch nicht gefunden haben. Und trotzdem macht es einfach richtig Spaß. Und auch mein Sohn spielt das gerne. auch wenn wir das mal verlieren, er spielt das gerne, weil es einfach einen tollen Verlauf hat, weil es einfach Spaß macht, sich dieses Deck zusammenzustellen, sich verschiedene Fallen zu holen, dabei auf dem Board rumzulaufen, immer wieder diese Helden im Blick zu haben und das funktioniert richtig gut. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel Karak gespielt habt mit eurer Familie, wenn das gut angekommen ist oder ich sage mal jetzt die Chroniken von Avel gespielt habt oder Talisman, legendäre Abenteuer, dieses Familienspiel gespielt habt und jetzt einfach was suchst und sagt, okay, ich will jetzt eine Stufe weiter gehen, ich hätte gern diesen Deckbuilding-Mechanismus ein bisschen ausgeprägter, dass ich so langsam in diesen oberen Familienspielbereich reinrutsche, wenn das das Ziel ist und ihr auf humorvolle Fantasy und so ein bisschen Dungeon-Atmosphäre steht, dann schaut euch Helden müssen draußen bleiben unbedingt an, da ist also Preis-Leistung für diese 55 Euro gar kein Thema, da steckt so viel Spiel drin und so viele Stunden Spielspaß drin, dass man aus meiner Sicht dann nichts falsch machen kann. So, das waren auch schon meine fünf Tipps beziehungsweise meine fünf Spiele, die ich euch hier vorstellen wollte, als kleinen Ausblick auf die Spiel 23 und zum Abschluss möchte ich euch mal noch einen kleinen Einblick geben, was denn noch so auf meiner Hotliste für Kids & Family so ein bisschen steht, was ich mir unbedingt anschauen möchte auf der Spielemesse und da kann ich zum Teil noch gar nicht so viel dazu sagen, ich habe mir ein bisschen eingelesen, finde das Material interessant, ist auf jeden Fall drei Spiele, die ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit mitnehmen werde auf der Messe, das ist zum einen Flamme Rouge BMX, das interessiert mich, weil ich ein absoluter Fan von Heat bin und das ist jetzt, soll die Kindervariante davon sein, so ein bisschen. Aber wieder zurück auf Flamme Rouge, das war ja sozusagen der Vorgänger von Heat und lauter Pelit wird das jetzt an der Messe rausbringen, ab sechs Jahren, zwei bis vier Spieler, 20 Minuten und ich bin mal gespannt, ich möchte mir das einfach mal anschauen, wie das wirklich umgesetzt ist und wenn da auch nur ansatzweise so dieses Heat-Feeling für die Kinder, für Familien dabei rumkommt, ist das auf jeden Fall was, was in meine Tasche wandert. Bei dem zweiten Spiel, das ich euch noch oder das ich für mich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, ist Charak 2, wer den Kids & Family Podcast aufmerksam verfolgt, der weiß, dass sowohl Torben als auch ich große Charak-Fans sind und unsere Jungs auch. Da kommt jetzt ein zweiter Teil raus und jetzt sind wir nicht mehr im Dungeon drin, sondern wir bewegen uns an der Oberfläche, können da bestimmte Hexfelder erkunden, besiegen natürlich wieder Monster, können aber auch Städte bauen, können Gebäude in diese Städte setzen. Ja, das ist für mich persönlich einfach Charak ist ein No-Brainer für mich, weil damit auch ja, ideell auch viel verbunden ist und das ist auf jeden Fall was, was ich mir näher anschauen werde und das Spiel, das muss bei der Präsentation schon wahnsinnig viel falsch machen, dass ich mir das nicht mitnehme und das dritte Spiel, das ich persönlich ja, fast sicher einpacken werde, ist Spy Guy Deutschland. Das ist für mich, ist Spy Guy einfach ein, ein super, super tolles Kinderspiel. Ich habe das letztes Jahr auf der Messe mitgenommen, habe das mit meinen Kids daheim rauf und runter gespielt. Ich glaube, meine Kids können mittlerweile auswendig sagen oder fast auswendig sagen, wie viele Lupen es da gibt, wie viele Kuchenstücke es da gibt, wie viele sonstigen Sachen da auf diesem riesigen Wimmelbild rumfahren. Das ist wirklich der Hammer. Das Spiel hat bei uns tatsächlich einfach, ja, absolut den Nerv getroffen und ist wirklich rauf und runter gespielt worden, sodass wir uns echt gewünscht haben, oh, vielleicht gibt es hier mal eine neue Karte und so und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Spy Guy Deutschland, wobei, wenn ich das an der Stelle, kann ich mir den Kommentar glaube ich nicht verkneifen, man könnte auch Spy Guy Bayern drauf schreiben, weil natürlich ist Spy Guy Deutschland ist natürlich dann dieser Detektiv mit Lupe und Lederhosen unterwegs und Hut und wir haben Bierfass, Bratwurst und Brezen als Suchobjekte direkter angepriesen. Ja, also das typische deutsche Bild, das vielleicht nach wie vor noch in so manchem anderen Land verbreitet ist, wird hier grandios bedient. Nichtsdestotrotz ist Spy Guy an sich ein sensationelles Kinderspiel für mich persönlich und in unserer Familie wahnsinnig beliebt und deswegen ist das mein dritter Titel auf meiner absoluten Hotliste im Kids und Family Bereich für die Spiel 23. So, dann sind wir auch schon durch für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps an die Hand geben, die ihr im besten Fall vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Schaut sie euch einfach mal an und ich kann euch aus Kids and Family Perspektive einfach nur wirklich ans Herz legen, gebt mal den Verlagen die Chance nicht nur, dass nicht nur die Brecher angespielt werden und die Expertenkracher und die Hype Titel, sondern schaut bei den Verlagen auch mal nach, was haben die denn im Family Bereich, was haben die denn im Kinderspiel Bereich und auch ein Kinderspiel hat es einfach mal verdient, wirklich auch mal gespielt zu werden. Nehmt euch da vielleicht mal ein bisschen die Zeit und setzt euch auch mal an ein Spiel, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt nichts, was ich mit meinen Vielspieler-Kumpels spiele, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja Sohn und Tochter daheim oder nicht den Neffen, den ihr vielleicht eine Kleinigkeit mitbringen möchtet oder weiß ich nicht, im Ausblick auf Weihnachten, keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, macht das mal, setzt euch mal hin, spielt auch mal solche Spiele und da werdet ihr dann vielleicht noch die ein oder andere Perle entdecken. Ich wünsche euch, falls ihr die Möglichkeit habt, auf die Spiele zu fahren, natürlich wunderschöne Tage, tolles Spielen, viele tolle Eindrücke, einen guten Loot, falls ihr euch schon eure Liste gemacht habt, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr eure Titel auch bekommt, vielleicht laufen wir uns ja mal über den Weg, Brettspiel News hat ja auch einen Stand auf der Messe in diesem Jahr und ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, euch allen eine gute Zeit, spielt weiterhin viel und wir hören uns beim nächsten Mal, ciao, ciao!